Kapitel 11.10 Salah in der Prophetenmoschee Das Verbot von Salah, rituellem Gebet in Masjids mit Gräbern, ist auf alle Masjids anwendbar, außer auf die Moschee des Propheten, Friede und Segen seien auf ihm. Das rührt von den vielen speziellen Vorzügen, die das Gebet in der Prophetenmoschee auszeichnet und in keinem anderen Masjid mit Grab zu finden sind her. Der Prophet, Friede und Segen seien auf ihm, wies selbst auf diesen besonderen Wert hin, indem er sagte, reist nicht außer zu drei Masjids, Al-Masjid Al-Haran, Al-Masjid Al-Absar und zu meinem Masjid. Er sagte auch, eine einzige Salah in meiner Masjid ist besser als tausend Salahs irgendwo anders, außer in Al-Masjid Al-Haran. Er wies sogar einem Teil seiner Masjid einen besonderen Wert zu, indem er sagte, der Bereich zwischen meinem Haus und meiner Kanzel ist ein Garten von den Gärten des Paradieses. Würde Salah in der Prophetenmoschee als makruh, also verpönt eingestuft, so würden die Vorzüge dieser Moschee dadurch bestritten werden und sie würde wie jeder andere Masjid sein. Ebenso wie Salah im Allgemeinen zu bestimmten Zeiten verboten ist, aber erlaubt, wenn es einen speziell festgelegten Zweck hat, der ein anderer ist als das freiwillige Gebet, so ist Salah in der Prophetenmoschee aufgrund seiner außergewöhnlichen Natur ähnlich wünschenswert. Auch wenn man Gräber in Al-Masjid Al-Haran oder Al-Masjid Al-Aqsa setzen würde, möge Allah uns davor bewahren, wäre Salah in ihm trotzdem wünschenswert, wegen der besonderen Vorzüge dieser Plätze und weil sie aus der Sicht Allahs ehrenwerte Orte sind.